Na ja, zumindest haben wir es geschafft. Das kann man jedenfalls auf jeden Fall sagen. Louis muss im ersten Waggon sein. Wow. Wunderschöne Landschaften. Wunderschöne Landschaften. Es gibt einem auf jeden Fall schon mal Waffen. Das ist immer gut. Keine Waffe gab der Typ. Oh, der kommt auf jeden Fall näher. Das ist für mich kein Problem. Boah, fuck. Boah, diese Arcadi ist einfach scheiße. Im Vergleich zu. Tut mir leid, Jungs. Fahrscheinkontrolle. Fahrscheinkontrolle. Wow. Äh, nein. Ja, will ich ja. Oh Gott. Okay. Warte mal. Ein Moment. Steuerung. Hätten die, äh, das Layout. Nahkampf. Äh, kann man den nochmal ausweichen? Ich dachte, das wäre doch mit Kreis gewesen. Ähm. Ähm. Verschlossen. Ich muss anders nach vorn kommen. Äh. Äh. Das wird dir weht. Ich muss anders. Ah Was ist he los? Was ist he los? Wow Auf Wiedersehen Jungs Wow Tschüss Jungs Bam Oh fuck Wieso habe ich mich eigentlich fallen lassen? Verdammt Auf Wiedersehen Jungs Ich habe keine Ahnung Oh Gott diese Zugszene ist einfach episch Wow Jung Da wäre ich fast zu früh Mein Freund Oh fuck Ach nein Ich muss hier runter Ach 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 Alles klar. Und springt. What? Ich hätte einfach nichts machen sollen, oder? Das wäre jetzt... Das ist gut möglich. Ey, ganz ruhig. Ich bin in der Hause. Oh. 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 Holy shit. Alter. Kriegt euch mal nicht so auf, Jungs. Meine Güte. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh fuck. Gerettet. Zum Glück gibt's Tunnel. Ja. Zum Glück gibt's Tunnel. Da ist der Rüben. Die Rüben. Hä. Oh fuck. Was? Wieso habe ich denn jetzt zu wenig Munition, Freunde? Wow, das war zu knapp, oh, oh, wow, trotzdem kann man den so ein bisschen ausweichen. Bum, bum, bum. Ich gehe einfach weiter, komm. Egal, ich habe mir Munition, nicht. Oh, ich will den Schatz erst mal haben. Hä? Was war das denn für ein Bug? Sehr gut. Kann man hier hoch? Ja, hier kann man hoch, gut. Holy shit, das sind irgendwelche krassen... Ja, jetzt geht's los. Oh, Gott sei Dank habe ich wieder eine Pistole plötzlich bekommen. Oh, Mann ist das Karte. Hä? Fuck. Der Kampf von hinten hat sich da jemand angeschlichen, Alter. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, ich weiß. Das ist alles. Das ist alles.